Hallo, leidenschaftliche Borussia Mönchengladbach-Fans, lasst uns über das Spiel gegen den VfL Bochum sprechen. Es war ein wichtiger Sieg für uns, aber wir hatten auch einige herausfordernde Momente, über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Borussia gewann sein erstes Spiel in der aktuellen Bundesliga-Saison und besiegte den VfL Bochum mit 3 zu 1. Während des Spiels ereignete sich jedoch etwas Ungewöhnliches. Unsere eigenen Ultras sorgten für Unruhe im Spiel. Sie weigerten sich, die Fahnen an den Zäunen der Fluchttore im Block zu entfernen, trotz wiederholter Aufforderungen des Stadionsprechers. Dies führte zu einer neunminütigen Verzögerung des Spielbeginns, da Schiedsrichter Felix Brüch erst pfiff, nachdem die Fahnen entfernt worden waren. Aber was noch mehr Aufmerksamkeit erregte, war, dass die Ultras nach dem Entfernen der Fahnen aufhörten, das Team zu unterstützen. Es gab sogar Rauchbombenaktionen im Stadion und ein kleines Feuer, das von den Feuerwehrleuten gelöscht werden musste. Einige unserer anderen Fans, die nicht zur Ultras-Szene gehören, begannen, Ultras raus, und wir sind glatt, Bacher, und ihr nicht, zu rufen. Als Reaktion darauf verließen die Ultras das Stadion in einer Gruppe vor der Halbzeitpause. Nun würde ich gerne Ihre Meinung als Fans, die Borussia immer unterstützen, dazuhören. Wie fühlen Sie sich in dieser Situation? Waren Sie enttäuscht von der Haltung der Ultras oder glauben Sie, dass Sie das Recht haben, Ihren Stolz auf Ihre Weise auszudrücken? Hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden dies gemeinsam diskutieren.